Hi Leute, wir sind jetzt wieder mit dem nächsten Freitagsworkout. Heute haben wir für euch wieder drei Teile. Ein Aktivierungsteil, ein Kraftteil und ein Workoutteil. Im Aktivierungsteil machen wir zwei Runden. Wir fangen an mit zehn Holorocks gefolgt von zehn Altrocks und danach fünf Dog to Cobra. Im Kraftteil haben wir heute für euch drei Runden mit acht Romanian Deadlifts pro Seite und zehn Single Leg Hip Bridges pro Seite. Im Workout haben wir heute für euch einen Vorteil. Wir fangen an mit zehn Burpees, dann zehn Air Squats, zehn Push-Ups und zehn V-Ups oder Tuck-Ups. Dann fangen wir wieder von vorne an, aber diesmal mit 20 Reps. Das heißt 20 Burpees, 20 Air Squats, 20 Push-Ups und 20 V-Ups oder 20 Tuck-Ups. Und dann das Ganze nochmal mit 30 Wiederholungen. Also 30 Burpees, 30 Air Squats, 30 Push-Ups und 30 V-Ups oder Tuck-Ups. Das heißt 21 Uhr, 20 Uhr, 205 abs. Das heißt 20 livres, 20 Uhr, 20 Uhr. Wir fangen an mit zehnmal mit 20 Tuck-Ups oder Tuck-Ups oder Tuck-Ups oder Tuck-Ups oder Tuck-Ups oder Tuck-Ups oder Tuck-Ups. Dann fangen wir jetzt mit 3 einem Bühlem. das ist das ganze V Schweizeran. Das sind die Cora-Ups oder Tuck-Ups. Das heißt 20 Uhr. Das heißt 21 Uhr. Das ist das eine kleine schöne Zeitung. Das heißt 20 Uhr. Oh, das wird gut, das Video. Ah, nein. Love it, jetzt schon. Ja, warum? Oh, ich habe das Gefühl, dass ich da immer schlecht dabei abschneide, bei den Outfails. Warum? 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 Ist das eine Sirene? Das hast du direkt selber gemerkt. Was? Nix. Das ist pro Seite, das hast du wieder vergessen. Das steht da übrigens. Ja, ich lese es nicht ab. Echt? Nein. Warum haben wir es dann da hängen? Ja, falls eine Aussetzung da ist, damit ich das Apple-Symbol oder sonst das landet. Okay. Ja, ich lese es nicht ab, aber 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 ich lese es nicht ab.